So, hi Leute, ich bin wer hier, ich hab's geschafft und ich glaube, ich weiß jetzt, wo es weitergeht, nämlich hier hin. Jo, es geht tatsächlich hier hin. Geil. Okay. So, ein bisschen markieren wieder. Okay. Oh, witzig. Okay. Okay. So, weg. So, weg mit dir. Die Gegner ausschalten. Beziehungsweise deinen Arsch retten. Wie viel kann der denn noch eigentlich? Ich glaube, es geht los. Jetzt geh ich sterben. So, da oben hin. Da ist ein Geschütz, okay. Find ich geil. Na, nur verzieh dich doch. Oh, ich mach dir schon so viele Geschenke. Was sollte das denn eben? Kann man das denn sagen? Ich denke nicht. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ja, in welche... So, die kann ich jetzt eh nicht mehr gebrauchen. Ich bin doch schon auf dem Weg, mein Gott. Schon wieder so ein... So ein Brocken hier, ey. Ja, ich bleib. Ja, ich bin doch mal. Yes. Nachladen. Nachladen. Okay. Verdammt. Verdammt, man. Ich komme mir vor wie ein Assassin's Creed gerade. Ich habe nicht auf die Hose geachtet. Geil. Oh mein Gott. Ich hoffe, er ist wirklich auf meiner Seite. Barclay. Ihr Lufttransport ist unterwegs. Sechs Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Oh nein. Oh Mann, wie geil. Skorpion 1, lehre mich hier. Skorpion 3, lehre mich dem Plateau. Meine Güte, sehen Sie sich dabei? Oh mein Gott. Aha. Keine Chance, dass wir danach rankommen. Zum Landen ist der Boden so instabiert und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Näher geht's nicht. Also gut, die Skorpion 3, lehre mich, ziehen ab. Erke fest, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Okay. Die Ein-Mann-Armee ist wieder da. Filtriere das Lito-Schiff. Mh-Mann-Armee ist noch hier. Der Anzug-Feed steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Ich sehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Okay. Zu wissen. Aber erst mehr im nächsten Part, Leute. Bis dann.